Emis ist ein internationales Netzwerk, das Perspektiven aus mehr als 60 Ländern weltweit einfängt. Die Diversität der Denkschulen, methodologischen Ansätze und methodischen Vorgehensweisen in der Entforschung sozialer Unternehmen und Genossenschaften bereichert ungemein. Die Community ist jung, fast die Hälfte aller Mitglieder sind PhD-Studierende. Kommen Sie zur neunten internationalen Emis-Tagung nach Frankfurt und erleben Sie eine lebendige, gut fundierte Diskussionskultur. Finden Sie neue akademische Freunde und freuen Sie sich mit uns auf ein aufregendes Programm.